dass sie da irgendwie wachsen und hier wachsen die einfach so. Hier guck mal, hier hast du einen kleinen. Soll ich die abmachen? Nein, das wird so schön. Guck hier, wie viele hier darauf wachsen. Auf einen Ast so kleine. Guck mal, zack. Was auch für drüben klötzt. Blumen hier, die so rote Blüten, beziehungsweise Blätter immer. Guck mal da. Ein Baum. Ja, ich liebe diese Blüten. Ja. Da siehst du sie hier. Wie die roten Blätter sind. So. Das ist der Regenwald. Das ist ein Regenwald. Das ist richtig mit allem drum und dran. Nur es regnet nicht, es ist permanent feucht. Ja, permanent feucht. Ja, das ist vom Meer. Ja. Warum ist das hier so dicht? Ja, weil das die Feuchte da ist und dann sitzt alles, wie du siehst. Aber die Tiere, die könnten hier nicht. Doch. 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 Entsprechend, jeder sucht sich sein Geburt. Ja, aber guck mal, wie eng das hier ist. So größere Tiere hätten hier keine Chance. Ja, aber die werden schon Lichtungen im Wald sein. Ja. Da gibt's hier die kleineren, dieser kleineren, äh, 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 die heißen die, die Hirsche, aber so ganz kleine. Ach die. Ja. Die haben so gleich auf den Wald, die können ich probieren. Papa, guck mal, die rote da. Ja, das sind meine Lieblingsblühe.